Der neue Knaus Sport, variantenreicher Einsteiger für großes Caravaning-Vergnügen. Zwei Einzelbetten im separaten Schlafbereich, ein komplettes Bad sowie ein hochwertiges Küchenelement sorgen im 460 EU für angenehmes Wohnambiente. Im Heck findet noch eine schöne Sitzgruppe Platz, die sich auch zum Schlafplatz umbauen lässt. Ob hochwertige Sitzgruppe, separates Bad, die zwei Einzelbetten und auch die moderne Küche. Das neue Möbeldesign mit vielen pfiffigen Details sorgt im Sport 460 EU dafür, dass Sie sich rundum wohlfühlen. Das großzügige Wohnambiente im Knauss Sport entsteht durch ein neues Raumkonzept mit offenen Blickachsen und harmonisch abgestimmtem Möbeldesign. Die neue Küche überzeugt mit viel Platz, einer großzügigen Arbeitsfläche mit LED-Beleuchtung und extrem viel Stauraum. Ob Stockbetten für die Kinder oder maximaler Schlafkomfort dank hochwertiger Einzelbetten für die Eltern, zahlreiche Grundrisse bieten für jeden das Passende. Funktionalität und viel Platz finden Sie in der Funktionalität und viel Platz finden Sie in der Funktionalität und viel Platz für die Kinder. Zusammenarbeit haben, die surprisingly bei Kinder und Schlafkomfort 안еф contrary zu 있으면 abgemacht wenn sie seitdem über Doctor ächtern, dass sie wieder auf keinen mehr Platz für die Kinderaphorien war.